Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Streetfighter 6 Video. Wir sind hier, wir schmeißen uns wieder hier in die Ranks. Und versuchen uns zum Platin hochzuarbeiten. Oh Mann, aber es geht eher wegwärts als nach vorn. Und naja, wir sind noch ein bisschen am Lernen, aber wir schauen. Und schon wieder ganz schön. Und jetzt ruhig! Ohhh! Ey, ich... Ey, ich kommen nicht weg! Ey, ich komm nicht weg!! Was ist das? I don't get it Der kann doch nicht in allem Schluss sein Danke, ich bin jetzt runter Ich bin jetzt runter Ah, Mann Ey, das ist nicht wahr Was? Meine F.S.A.R. Hau von mir ab! Ah! Gott! Ich kick's nicht geschissen. Ich kick's nicht geschissen, dass ich dann die Leute abhauen. Yo! Am Arsch! Ich versteh's nicht! Meine Fresse! Ich komm da nicht, Mann! Aaaaaah! Gott, Entschuldigung! Mann, das ist doch nicht euer Ernst! Oh, dann sehen wir uns beim nächsten Kampf! Fuck! Okay, Jamie! Meine Fresse! Das muss ich doch gebacken kriegen hier! Ich geh eher runter, als ich nach vorne komm! Ja! Ja gekommen! Kannst mich mal, kannst mich mal qualzweisen. Kannst mich mal, kannst mich mal spielen. Es ist mir ein Zoi-Guy. Mann, 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 ey. Mann, 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 Mann Da war ich jetzt mal. Arschig. Hey, wir haben mal einen ganzen Kampf gewonnen. Also beziehungsweise, ja. Wir sind jetzt wieder dort, wo wir waren. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Ein Rio. Ein Rio. Ja, Treifen. Ja. Gut. Ah. Und das hätte ich gewinnt, insofern ich müsste nur ab, das besser an ihn ran. Nein! 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 Arsch! Arsch! Scheiße! Arrr! Mann! Da hat mich da... Ey! Blöd erwischt! Ah! So ne fuck Scheiße! Arrrr! Arsch! 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 Hatte Glück! Mann ey! Das kann doch nicht angehen! Jab, jab, jab ey! Fick dich! Ah! Ah! Das ist nicht dein Ernst! Das ist... Das ist... Ah! Mann! Das ist... Entschuldigung! Ey! Das ist nicht... Scheiße! Das ist dein fucking Ernst! Ah! Entschuldigung! Immer jab, jab! Boah! Leute! Ey! Ich hätte einmal Drive Impact richtig machen sollen! Egal! Weiter zum nächsten Fall! Das ist doch... So ne fuck Scheiße! Ah! Okay! Marisa! Mann, wir knacken, aber... Gott! Zwei Ränge verlieren! Zwei! Wut? Und das ist nur Grappen! Ja, ja, ich rappen Ich verstehe diese Scheiße nicht Mann Dadurch verliere ich die Scheiße I don't get it, I don't get it Einfach mit nem fucking Sprung Wieder Ich bin einfach nicht zu wohl Ich bin einfach Ja, ja, klar Das ist doch bullshit Er hat trotzdem gefunden Er hat trotzdem gewonnen Ey, das ist doch nicht wahr Das ist nicht wahr Mann, ey Oh, das ist doch Mann, ey Oh, schon wieder fallow Ey, das ist so dumm Das ist so dumm Wie ich reagiere Meine Güte, ey Ich will Antia machen Meine Güte Das ist doch Ich verliere die Scheiße Ich verliere die Scheiße Ich verliere die Scheiße Ja Ach, ja, das fällt ne lange Reise Aber das kriegen wir schon irgendwann hin Ich bin einfach so dumm Sie sind schon dumm Die Scheiße Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. 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 Okay, das habe ich erwarten können. Das habe ich erwarten können. Okay. 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 Okay, den habe ich lang gemacht. Okay. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Oh Mann. Okay. 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 Das sieht schon besser aus. Okay. 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 Oh. Scheiße. Ich hätte es gewonnen. Er hat mich gut bekommen. Ja, wirklich Dry. Das war's für mich. Mirabatch gewonnen 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 1 zu 0 Sehr langer Schall Sehr schön Okay Es geht darum, der kick geht ihm besser Okay, hier geht es echt darum, wer kickt wem besser Erstmal den Schaden reinlücken Was haben wir? Ich glaube, das war der Kuchen Verwinden Geigen Wunder 브라구 Wunder 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 Okay. Da hat er mich gut bekommen. Da war ich ein bisschen out from border. Da war ich echt out of border. Okay. Okay. Runde 1 gewann. Let's fucking go. Let's fucking go. Oh, jetzt komm ich nicht ran. Ja, das ist eine gute Kombo. Oh. Ja, baby! Ah! Let's fucking go! Kiss mir die Füße. Baby! Judy gewinnt! Judy gewinnt! Ah! Ja, die Kombo macht er besser. Also er macht die bessere Kombo. Klar. Ja, aber... Ich kann auch Fuha stocken, aber naja. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fall. Okay. E-Honda, Baby. Meine Güte. Das wird ein schwieriger Gegner. Okay. Okay. Macht er gleich... Bam! Headbutt! Okay, interessant. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich kann ihn nicht bekommen. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich kicke ihn nicht. Äh, schon? Scheiße. Das ist sackschwierig. Sackschwierig ist das. Weil ich hab ein neues Problem, gegen das ich ankommen muss. Und zwar abhauen. Na los, komm. Ne, da geht er hin. Punish Counter, greifen. Punish Counter, greifen. isposición. Das ist das. Bis zum nächsten Mal. Diesen Typen zu bekommen, das ist, das ist ein Grund, Leute. Erstmal Schaden reindrücken, man. Wuhu. Ja, fahre gewartet. Los, komm her. Du hast doch keine Chance mehr. Lockschaden. Okay, wir haben einen Hunde erlegt, Leute. Yes. Come on. Oh, das war blöd. Das war dumm. Okay, let's fucking go. Ich hätte mehr kämpfen sollen. Geile Kombo. Greifen. Das ist nur greifen. Oh, das war Peli. Okay. Das ist Autofokus! Das ist Autofokus? Hammerhart. Aber wir haben... Okay. Okay, Leute. Diese Folge war gut. So langsam etablieren wir uns. Aber es ist ein Auf und Ab, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt meine Frustration manchmal aus... Aber so langsam kommen wir rein. Meine Güte. Oh Mann. Platin 1. Also mein Plan ist, mit Juri hier Platin 1 zu werden. Und dann mache ich erstmal Pause. Das ist erstmal mein Ziel. Und dann, meine lieben Damen und Herren, das wär's dann nicht mit Street Fighter 6. Weil ich warte nicht so lange, bis Sakura Kasugano kommt. Sondern wir werden dann mit Manon machen. Aber, bis dahin, ihr seht ja diesen Balken, ne? Das kann ja sehr lange dauern. Also, wir werden eine Weile hier mit der guten Miss Han noch bleiben. Vielleicht werde ich auf mich noch weiterentwickeln. Klar, ich werde Juri als Second Man behalten. Aber solange Sakura Kasugano nicht kommt, mal gucken, was dieser Aki nachher klingt. Waschid ist ja jetzt um die Ecke im Teilpunkter Aufnahme. Äh... Aber... Manon, da hab ich Bock drauf. Die mag ich. Alles klar. Aber... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen, dann seht ihr noch einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter zurück oder gar... Äh... Fighting Stage gefällt, hinterlasse ein Abo da und ringe da eine Glocke. Damit ihr absolut nichts verpasst. Und ich bin die Kay, das war Game Stage 5. Und wir sehen uns und hören uns dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye!